Diese schicke Ford Tuneo Titanium könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Der Euro 6 Diesel mit AdBlue Technik erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Schiebetüren links und rechts erleichtern den Einstieg. Hinten finden bequem 6 Passagiere Platz. Schicke Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fordersitze bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Tuneo schützt Sie rundum mit ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die Klimaanlage vorne und hinten sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein Navigationssystem und eine Rückfahrkamera. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken und super gut ausgestatteten Ford Tourneo Titanium werden Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. W 1989. Once an Überonna. 북한 5000-2 Probe auf. W Thomas Conner, W dough Vielen Dank.